Oft sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns die größte Freude bereiten. Wir haben hier für Sie sieben einfache, aber wirkungsvolle Praktiken, die Ihnen mehr Freude im Alltag schenken. Die tägliche Freudebox Erstellen Sie eine kleine Box, in die Sie jeden Tag eine Notiz mit etwas schreiben, das Ihnen Freude bereitet hat. Am Ende der Woche oder des Monats können Sie die Notizen lesen und sich an all die schönen Momente erinnern. Diese Praxis hilft Ihnen, positive Erlebnisse bewusst zu speichern und zu würdigen. Das Mini-Feng Shui-Update Eine kleine Veränderung in Ihrer Umgebung kann große Wirkung haben. Probieren Sie eine Mini-Umgestaltung nach den Prinzipien des Feng Shui. Ein kleines Möbelstück umstellen, frische Blumen aufstellen oder einen neuen Platz für Ihr Lieblingsbild finden. Diese kleinen Veränderungen können frischen Wind in Ihren Alltag bringen und Ihr Wohlbefinden steigern. Heimliche Kunstwerke Kleine Kunstprojekte können überraschend viel Freude bereiten. Wie wäre es mit heimlicher Kunst? Hinterlassen Sie kleine, selbstgemachte Kunstwerke an öffentlichen Orten, ein bemalter Stein, ein Mini-Gemälde oder eine inspirierende Nachricht. Diese unerwarteten Kunstwerke können Passanten überraschen und erfreuen, während Sie das kreative Schaffen genießen. Mikroabenteuer erleben Sie müssen nicht weit reisen, um ein Abenteuer zu erleben. Planen Sie kleine, unerwartete Ausflüge in Ihrer Umgebung. Ein nächtlicher Spaziergang unter den Sternen, ein Besuch in einem unbekannten Viertel Ihrer Stadt oder ein Picknick in einem nahegelegenen Park. Diese Mikroabenteuer können Ihren Alltag auf spannende Weise bereichern. Ein neues Wort pro Tag lernen Erweitern Sie Ihren Wortschatz und Ihr Wissen, indem Sie jeden Tag ein neues Wort lernen. Vielleicht aus einer fremden Sprache oder aus einem speziellen Interessengebiet. Kleine Lernerfolge können Ihr Selbstvertrauen und Ihr Gedächtnis stärken. Spontane Tanzpausen Legen Sie Ihren Lieblingssong auf und tanzen Sie für ein paar Minuten wild durch das Wohnzimmer. Diese spontane Bewegung bringt nicht nur Ihren Kreislauf in Schwung, sondern setzt auch Endorphine frei und hebt sofort die Stimmung. Abendlicher Sternenhimmel Nehmen Sie sich einmal die Woche Zeit, um den Nachthimmel zu betrachten. Packen Sie sich warm ein, setzen Sie sich nach draußen und beobachten Sie die Sterne. Diese ruhigen Momente der Reflexion und Bewunderung der Natur können Ihnen ein tiefes Gefühl der Ruhe und des Staunens geben. Fazit Probieren Sie diese Praktiken aus und bringen Sie so mehr Freude und Glück in Ihren Alltag. Indem Sie diese Freuden bewusst wahrnehmen, können Sie Ihr allgemeines Wohlbefinden steigern und sich von den überraschenden Kleinigkeiten des Lebens verzaubern lassen. Mehr Informationen und wissenswerte Artikel finden Sie in unserem Online-Magazin. Besuchen Sie uns unter libify.com Libify – Einfach sicher fühlen